Die deutsche Mutter. Ohne sie ist kein Leben in unserem schönen Lande möglich. Kraftvoll steht die deutsche Mutter ihren Mann. Dabei ist sie anmutig und schön. Ohne die deutsche Mutter wären unsere Tische nicht so reich gedeckt. Hier die deutsche Mutter bei der Feldarbeit. Mit ihren eigenen Händen erntet sie die deutsche Kartoffel. Nahrhaft und wohlschmeckend muss eine Mahlzeit sein. Die deutsche Mutter bereitet die Speisen eigenhändig zu. Damit sorgt die deutsche Mutter für unser aller Wohlbefinden. Hier sehen wir die deutsche Mutter bei ihrer wichtigsten Aufgabe. Die Geburt des deutschen Nachwuchses. Und wieder ist ein neuer Herrscher geboren. Danke deutsche Mutter.